Also es ist auf jeden Fall eher ein Scouting, gerade in dem Jugendbereich vor dem Abi, ein, zwei Jahre vor dem Abi, wenn dann die Trainer eher mal nach Deutschland kommen und anfangen sich die Spiele anzuschauen. Bei mir war es jetzt zum Beispiel der Fall bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Da sind dann bestimmt 15, 20 Trainer aus den USA vor Ort, die dich dann auch anschreiben, wenn du ihnen gefallen hast.